Leander Hausmann ist ein deutscher Film- und Theaterregisseur und Schauspieler. Leben und Wirken Herkunft und Ausbildung Hausmann wurde 1959 als Sohn des Schauspielers Esad Hausmann und der Kostümbildnerin Doris Hausmann in Quedlinburg geboren und wuchs in Berlin-Hirschgarten auf. Er machte zunächst eine Druckerlehre und leistete anschließend, ab 1980 seinen 18-monatigen Wehrdienst als Matrose bei der NVA ab. Von 1982 bis 1986 besuchte Hausmann dann die Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Frühe berufliche Laufbahn anschließend übte Hausmann seinen Beruf an mehreren Theatern der DDR aus und war von 1986 bis 1988 am Stadttheater Gera und 1988-89 am Landestheater Parchim tätig. 1987 verkörperte er in Gräfin Kosel, einem Teil der Trilogie Sachsens Glanz und Preußens Gloria, den Pagen Brühl, eine Rolle, die in den vorangegangenen Teilen, welche aber zeitlich danach spielen, von seinem Vater verkörpert wurde. 1992 spielte er den Tod bei den Berliner Jedermann-Festspielen. 1990 bis 1905 war er Regisseur am Deutschen Nationaltheater Weimar. Intendant in Bochum und berufliche Entwicklung Hausmann war von 1995 bis 2000 Intendant des Schauspielhauses Bochum. In dieser Zeit spielte er auch in Detlef Bucks Film Männerpension mit. Sein Durchbruch als Regisseur gelang ihm mit dem Film Sonnenallee, welcher für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie »Bester Film« nominiert wurde. Die Verfilmung des Romans Herr Lehmann von Sven Regener war sein zweiter Spielfilm. 2005 folgte dann der Film NVA, in den Hausmannseigene Erfahrungen als Soldat einflossen. Immer wieder tritt er auch als Schauspieler in Kinofilmen auf, so etwa in »Soloalbum« oder »Eierdiebe«. Seine Inszenierung von »Die Fledermaus« an der Bayerischen Staatsoper München 1997 wurde ebenso ein Skandal wie seine verhinderte Peterpan-Inszenierung bei den Wiener Festwochen. Jahrelang erfolgreich lief dagegen seine Inszenierung von Romeo und Julia, am Residenztheater München. Weitere berufliche Laufbahn zusammen mit Boris Naujoks drehte er 2005 für das ZDF die Fernsehadaption von »Kabale« und »Liebe« von Friedrich Schiller, unter anderem mit Paula Kahlenberg, August Diehl, Götz-George, Katja Flint, Katharina Thalbach und Detlef Buck. Hausmanns Nachfolger von »Sonnenallee« mit dem Titel NVA hatte in Deutschland 2005 Kino-Start. Die Dreharbeiten dazu fanden von Juli bis September 2004 im sächsischen Bad Dübenstadt. 2007 kam der Film »Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpacken«, der auf dem gleichnamigen Buch des australischen Schriftstellerpaars Ellen und Barbara Pies beruht, in die Kinos. 2009 drehte er die von Bernhard Sinkels Lina Bracke inspirierte Rentnerkomödie »Dinosaurier« »Gegen uns seht ihr alt aus«. Mit Esard Hausmann, Eva-Maria Hagen, Ingrid van Bergen, Ralf Wolter, Walter Giller und Nadja Tiller. 2011 erschien Hausmanns Film »Hotellux«, in dem unter anderem Michael Herbig, Jürgen Vogel, Sebastian Blomberg und Teckler Reuthen zu sehen sind. Der Film basiert auf einem Drehbuchentwurf von Uwe Thimm. 2013 veröffentlichte Hausmann seine Autobiografie »Buh«. »Mein Weg zu Reichtum, Schönheit und Glück«. 2017 kam die Verfilmung des Bestsellers »Das Pubertier« von Jan Weiler in die Kinos. In diesem Zusammenhang kündigte Hausmann auch seinen vorübergehenden Rückzug vom Theater an. Ende 2018 hatte sein Theaterstück »Staatssicherheitstheater« an der Berliner Volksbühne Premiere. Privates Hausmann lebt in Berlin-Friedrichshagen und hat einen Sohn und zwei Töchter, darunter die 2010 geborene Kinderdarstellerin Edwina Kuhl. Seine Großmutter war einmal mit Hermann Hesse verheiratet, der Großvater war Brechtschauspieler am Berliner Ensemble, der Vater, Ezard Hausmann, ein bekannter Schauspieler in Film und Fernsehen der DDR. Die Familie ist ein Zweig der Hausmann von Reudern. Auszeichnungen 1991, Dr. Otto Kastenpreis 1996, Bambi 1998, Deutscher Drehbuchpreis gemeinsam mit Thomas Brussig für ihr Filmskript zu Sonnenallee 2000, Jupiter in der Kategorie Bester deutscher Regisseur 2006, Diva, Deutscher Entertainment Preis, Jurypreis für die beste Regie von Kabale und Liebe und NVA 2010, Ernst Lubitsch Preis für Dinosaurier – Gegen uns seht ihr alt aus. zwei Töchter